Musik In der Steiermark verbirgt sich ein Tal, in dem Geschichten geschrieben werden und jeder seine ganz persönliche Reise in die Vergangenheit erleben kann. Tauchen Sie ein in das Tal der Geschichten, in dem vergangene Zeiten, Kulturen, Handwerke und Brauchtümer noch Gegenwart sind. In Stübingen steht das einzige gesamtösterreichische Freilichtmuseum, welches 1962 vom Bund gegründet wurde und Häuser aus den verschiedenen Bundesländern zeigt. Hier werden inmitten von Wäldern, Weiden und Feldern eindrucksvolle Einblicke in die Wurzeln der österreichischen Geschichte geboten. In Stübingen findet man historische Hauslandschaften aus allen Bundesländern und sechs Jahrhunderten. Bei einer Zeitreise quer durch Österreich erzählen die 97 originalen bäuerlichen Bauten spannende Geschichten. Sie sind liebevoll und detailgetreu eingerichtet, sodass der Eindruck entsteht, die Bauersleute könnten jeden Augenblick zurückkehren. Zu den mit Blumen geschmückten Höfen gehören farbenprächtige Gärten und auf den Wiesen und Weiden grasen Tiere. Musik Im österreichischen Freilichtmuseum Stübingen kann man sich wahrlich vom Charme der alten Kulturen verzaubern lassen und in Zahl der Geschichten erlebt jeder seine ganz persönliche Reise in die Vergangenheit. Musik Musik